Hallihallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge Ark Survival Evolved hier bei Schöner Bauen, Schöner Wohnen. Und wir waren in der letzten Folge ja hier bei unserer Kaserne und gehen nun hier in diese Richtung weiter. Da links ist mein Tower und hier kommen wir zu unserem Mähwingstall. Oh, du hast schöne Farben. Und der Herr hat auch geile Farben, ne? Oh, ein Ei. Nee, ich will nicht in dein Inventar, ich will das Ei. Danke. So, der ist auch so schick. Wir sind so schnuckelig. Hier ist quasi die Garage und der ist schon rausgeholt worden, okay. Das sieht ja auch mega aus. Muss ich mal von vorne gucken. Alles schön offen. Nach vorne wirklich offen, rechts und links dann nur mit den Glasfenstern. Und wir haben hier, glaube ich, drei, oder? Ja, drei Stück haben wir. Oh, da unten steht auch noch eins. Ja, Katze, magst du auch mitmachen? So, die Katze wollte dann kurz gestreichelt werden. Jetzt können wir weitermachen hier im Video. Oh, die sind so schüch. Ist aber auch eine gute Idee, dass hier unten nochmal quasi so was runter geht und die hier unten drin stehen. Und dann, man hat es schon gehört, kommen wir hier hinten zum nächsten Stall mit den Wölfen. Hier stehen jetzt zwar noch nicht so viele drin, aber ich glaube, er hat momentan auch was anderes zu tun, als die zu züchten. Er ist gerade an einem riesigen Projekt dran und ja, da bin ich mal gespannt. Ich habe es nur einmal kurz gesehen, relativ am Anfang noch. Und da bin ich jetzt echt gespannt, was da für ein Kunstwerk wieder rausgekommen ist. Hier vorne haben wir dann auch noch Wölfe. Die stehen dann hier draußen. Der ist auch so geil, ne? Nur die Füße müssen weg. Aber ansonsten das Blau, das Schwarz und noch schwarze Füße oder weiße Füße, je nachdem. Sehr, sehr geil. Hier alles auch schön offen gehalten. Hier passt immer ein Pärchen rein, da kann man das schön anhitschen. Und je nach Bedarf können wir es dann auch einschalten. Zum Verpaaren, überall natürlich wieder zum Trinken was mit drin, damit man, wenn man Durst hat, mal kurz was trinken kann. Links ist jetzt unser hübscher Turm, den wir ja schon in einer Folge gesehen haben. Und hier geht es zum nächsten. Ich weiß nicht, ob man das schon Turm nennen kann oder ob es einfach bloß ein schickes Flugtiergebäude ist. Ich glaube, hier sind aber noch keine Tierchen drin. Das hat er für Tappetjaras gebaut. Hier kann man dann quasi die Tappetjaras drin haben. Und ist hier total offen gehalten. Finde ich mega geil. Man muss natürlich auch den richtigen Platz dafür haben, dass hier keine Tiere hinkommen und so weiter. Weil sonst sind die ganz schnell aufgeknuspert. Und hier passen, ja, ich weiß nicht, ich denke, die wird mal hier hin oder stellt man die hier hin? Ich weiß es nicht, wo man sie hinstellt, aber man kann sie hier mit Sicherheit gut hinstellen. Und dann gehen wir auch gleich hoch in den nächsten Stock. Hier hat er nämlich was hübsches hingezaubert. Das gucken wir uns jetzt gleich mal an. Und zwar ist das so ein kleiner Teich. Sieht auch wieder super geil aus, ne? Mit Stein und hier haben wir da die Tintenfische drüben. Ah, hier hat er... Es sind hier quasi solche Ceilings da, aber er hat sie durchsichtig gemacht. Weil das hört man, wenn man hier drüber geht. Mega geil. Also mir gefällt das ja unglaublich gut, dieses Offengehalten, ne? Hier hat man auch überall den geilen Rundumblick. Sieht einfach wieder mega gut aus. Super schick. Aber mit den Tappetjaras ist er auch noch nicht fertig. Also ich denke mal, wenn die fertig sind... Was bist du denn für einer? Du siehst aber... Ja. Valentinsmäßig aus. Und dann gehen wir jetzt noch in den nächsten Stock hoch. Das ist quasi Freiluft für alle. Unten war schon Freiluft, aber hier ist noch mehr Freiluft. Und es sieht einfach wieder diese Ideen. Hier dann alles hinstellen. Und von oben sieht man dann schon die schicken Tappetjaras. Können wir nochmal hier kurz abfliegen. Für die Tappetjaras sieht es super aus. Und hier haben wir dann den Wolfsstall und hier dann für die Mähwings. Wobei ich natürlich wesentlich mehr Mähwings habe. Bloß, ja, man kann sie ja nicht alle rausstellen, ne? Der nächste Stall ist unser Pferdestall. Man hört sie vielleicht schon wie in dem Hintergrund, bis wir da sind. Und der ist eigentlich baugleich mit dem drüben, mit dem Wolfsstall. Und ja, hat auch wieder Licht, Trinken. Hier stehen schon ein paar mehr Pferdchen drin. Und das hier sind, glaube ich, R. Ja, das sind R-Iquus. Und hier haben wir die ganz normalen. Und wir haben Einhörner. Das Einzige, was wir noch nicht haben, sind die Apparanten. Aber ich denke mal, die werden auch irgendwann mal noch kommen. Und hier hinten haben wir quasi das Freigehege. Hier steht auch schon ein Einhorn und ein anderes Equus drin. Und ja, auch wieder ganz schlicht dekoriert, so wie es eigentlich in einem Stall ist. Und Platz ist hier eigentlich genug für die Pferde, die man so hat. Ich meine, die sind eigentlich auch nur so, dass man sie vielleicht am Anfang benutzt und dann vielleicht noch eines oder so. Es ist jetzt nicht so, dass man Pferde recht viel gebrauchen kann. Da sind Wölfe schon wesentlich mehr in Gebrauch als die Pferde. Aber das liegt wahrscheinlich auch wieder daran, dass ich jetzt da nicht so der Pferdebenutzer bin. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich nehme dann auch mal gern Thylakoleus oder Bärchen. Die sind halt dann auch um einiges stärker. Mit denen kann man auch mal was kämpfen. Aber jetzt wieder zurück hier zu unserer Base. Hier kommen wir dann quasi zum Ausgang. Das ist das andere Tor mit Mauergebäude, das er gebaut hat. Und dann kommt man hier quasi zum Zuchtbereich. Den werden wir uns aber ein anderes Mal angucken. Sobald ich mit dem anderen Gebäude fertig bin, werden wir dann dort mal einen Rundgang machen. Da muss ich aber auch erst ein paar Tiere wegstellen, weil schon schlägt es noch öfter, als es hier schon geleckt hat. Und ich würde sagen, ich mache jetzt nochmal einen Rundflug über unsere Base mit ein bisschen Musik dahinter gelegt. Und bedanke mich schon mal bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und vielleicht konntet ihr euch ja ein paar Anregungen holen für eure Base. Beziehungsweise habt einfach bloß Spaß daran gehabt, euch das alles anzuschauen. Macht's gut, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.